Digga, wie viele Beispiele benötigt ihr eigentlich noch, um zu verstehen, was hier abgeht, dass mit allen Mitteln versucht wird, von Medien und Regierungen die traditionellen Familienwerte anzugreifen? Schaut euch mal dieses Framing an, Alter. Ist Stillen rechtsradikal? Das Zeitmagazin macht es noch offensichtlicher. So wird Erziehung zur Ersatzideologie. Stillen, Familienbett, Kita-Skepsis, bindungsorientiertes Erziehen gilt als sanft und achtsam, ist aber auch westlich und elitär. Das spricht zunehmend Rechtsextreme an. Und das Gute ist ja, dass mir auch viele Frauen und Mütter auf diesem Kanal folgen. Und deswegen einfach mal die Frage an euch. Dieses bindungsorientierte Erziehen, das laut Zeit und Welt und auch ganz vielen anderen Medien als rechtsextrem eingestuft werden könnte, ist das nicht die schönste Zeit zwischen Frau und Kind? Ist das nicht die größte Nähe, die man seinem Kind bieten kann? Und auch andersherum? Also ich weiß ja nicht, aber schreibt es mal bitte in die Kommentare, ob ich das falsch sehe. Merkt ihr eigentlich dieses Framing? Sie kennen keinerlei Tabus mehr. Sie schrecken vor nichts mehr zurück. Die Dinge, die am wichtigsten sind für eine Mutter und ein Kind, die werden jetzt in Frage gestellt. Um diesen ganzen Irrsinn mal auf den Punkt zu bringen. Traditionelle Familienwerte werden bekämpft. Von Politik und von Medien. Und gleichzeitig wird eine Transgender-Agenda gepusht. Soll heißen? Das, was nicht normal ist, soll normal werden. Und das, was normal ist, soll in Frage gestellt werden. Anders kann man es nicht mehr ausdrücken. Ich gehe es sogar so weit, dass wir mittlerweile von Perversen regiert werden. Schaut mal, was ich für euch rausgesucht habe. Laut Acumen Research wird der weltweite Umsatz auf dem Markt für geschlechtsangleichende Chirurgie bis 2032 voraussichtlich 3,2 Milliarden US-Dollar erreichen. Mit einer Wachstumsrate von 20,4% von 2023 bis 2032. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Und in diesem Kontext, überlegt mal, wir haben eine 24-7 Berichterstattung genau über dieses Thema. Bright Month, LGBTQ. Und das Ganze ist ganz normal. Die Gefahren werden einfach ausgeblendet. Es sind doch keine da, oder? Ich meine, eine Geschlechtsumwandlung kann nichts passieren. Ich meine, die Politik geht sogar so weit, dass sie ein Selbstbestimmungsgesetz verabschiedet haben, in dem steht, dass sogar Minderjährige ohne die Erlaubnis der Eltern solche Entscheidungen treffen dürfen. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Und in diesem Kontext wiederum nochmal die Erinnerung, dass Stillen eventuell rechtsradikal ist. Versteht ihr, was ich meine? Ist doch alles ganz normal, oder? Wir sollten weiterhin die klassische Familie bekämpfen. Also diese Werte, die traditionellen, sollten wir weiterhin als rechtsradikal einstufen. Und diese Transgender-Ideologie, die sollten wir weiterhin pushen. Übrigens, wer sich Gedanken macht, welchen Beruf er später mal ausüben will, ich rate dazu, vielleicht Psychologe zu werden. Könnte später mal mehr gefragt sein, als es heute schon ist. Einfach mal drüber nachdenken. Ansonsten, schreibt es bitte in die Kommentare, wie ihr das seht. Abonniert den Kanal. Und wenn ihr schon dabei seid, kommt auch hier vorbei für alternative News. Ich bin jetzt raus. Haut rein. explain. explain.